In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, welche Bedeutung Kombinationen ohne und mit Wiederholung haben, beziehungsweise wie man diese anhand verschiedener Aufgabenstellungen richtig erkennt und anhand passender Formel ausrechnet. Für den Anfang gibt es eine kleine Übersicht über die wichtigsten kombinatorischen Mittel. Das sind in erster Reihe die Permutationen ohne und mit Wiederholung, dann die Kombinationen ohne und mit Wiederholung und dann auch noch die Variationen ebenfalls ohne und mit Wiederholung. In diesem Tutorial werden wir uns ausschließlich nur mit Kombinationen beschäftigen. Tutorials zu den anderen zwei Themen findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Diese drei Themen bauen indirekt in genau der abgebildeten Reihenfolge aufeinander auf. Also wenn ihr ein besseres Gesamtbild über das Thema kriegen wollt, wäre es empfehlenswert, wenn ihr euch die drei Videos genau in der richtigen Reihenfolge anschaut. Also zuerst bei Mutationen, dann Kombinationen und dann Variationen. Bevor wir richtig loslegen, müssen wir allerdings eine sehr wichtige Eigenschaft von Kombinationen umklären. Und das machen wir jetzt anhand einer sehr einfachen Beispielaufgabe. In einer Badewanne befinden sich drei verschiedene farbige Gummienten. Eine rote, eine grüne und eine blaue. Wir ziehen nacheinander zwei Enten ohne zurücklegen. Das Ganze könnte so aussehen. Also wir haben hier drei verschiedene farbige Enten. Rot, grün und blau. Und wenn wir irgendwelche zwei Enten hier rausziehen, dann könnten wir als erstes zum Beispiel eine rote Ente und als zweites eine blaue Ente. Alternativ könnte natürlich auch passieren, dass wir zuerst die blaue Ente erwischen und dann die rote. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass die beiden Anordnungen sich nur in der Reihenfolge ihrer Elemente unterscheiden. Und sie werden daher als Kombination nicht unterschieden. Also es ist bei den Kombinationen völlig egal, in welche Reihenfolge die Elemente gezogen werden. Wichtig ist nur, was diese Elemente darstellen. Also schlussfolgend können wir dann sagen, die Reihenfolge der Elemente spielt bei einer Kombination keine Rolle. Deshalb nennt man Kombinationen auch ungeordnete Stichproben. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, das wäre der Hauptunterschied zu Variationen. Da spielt die Reihenfolge der Elemente auf jeden Fall eine Rolle. Also ist es sozusagen wichtig, dass ihr diese Eigenschaft versteht und beziehungsweise verinnerlicht. Sonst werdet ihr ständig das Problem haben, dass ihr Kombinationen und Variationen verwechselt. Und jetzt legen wir los mit der ersten Art, und zwar Kombinationen ohne Wiederholung. Wir nehmen unser Beispiel vom Feuer mit den drei verschiedenfarbigen Gummienten der Badewanne und wir ziehen nacheinander zwei Enten ohne Zurücklegen. Die Fragestellung dazu lautet, auf wie viele verschiedene Arten lassen sich zwei Enten aus der Badewanne ziehen ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Wir werden jetzt diese Fragestellung nicht mit Hilfe einer Formel beantworten, sondern wir versuchen uns das Ganze bildlich vorzustellen. Das heißt, hier sind unsere drei Enten und die erste Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass wir eine rote und eine blaue Ente ziehen. Die zweite, eine rote und eine grüne Ente. Und die dritte und die letzte Möglichkeit wäre, dass wir eine grüne und eine blaue Ente ziehen. Also Schlussfolgernd können wir sagen, insgesamt gibt es drei mögliche Kombinationen. Die Anzahl dieser Kombinationen bezeichne ich jetzt auf der rechten Seite mit C und wenn man das Ganze jetzt rechnerisch machen wollte, müsste man eigentlich nur 3 über 2 rechnen, was wiederum natürlich 3 ist. Wieso das der Fall ist, sehen wir gleich in den nächsten Sekunden. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Viele von euch kennen aus der Mittel- oder Oberstufe dieser Rechnung auch als der sogenannte Binomial-Koeffizient. Und diesen Binomial-Koeffizient bezeichnet man üblicherweise mit N über K und das hier ist die Formel, mit der man das Ganze ausrechnet. Natürlich, wenn ihr euch jetzt fragt, woher kommt denn diese Formel und wie entsteht sowas? Die Antwort liegt bei den Permutationen mit Wiederholung. Und zwar, diese Kombinationen ohne Wiederholung sind nur ein Sonderfall von einer Permutation mit Wiederholung. Wenn ihr die Formel links und rechts ein bisschen vergleicht, dann merkt ihr, wenn ihr jetzt bei den Permutationen diesen Abschnitt hier weg macht, so dass nur zwei Arten von Ereignissen auftreten, dann wäre praktisch K-Fakultät das N1-Fakultät, das was hier auf der rechten Seite steht und N-K dann das N2. Wenn es immer noch nicht klar ist, woher das Ganze entsteht, empfehle ich euch einfach mal das Video zur Permutation anzuschauen, was ihr am Ende dieses Videos im Abspann findet. Und jetzt können wir endlich auch rechnerisch unsere Fragestellung von oben beantworten. Also anhand unserer Aufgabenstellung wäre dann N entsprechend 3 und K natürlich 2 und dann müssen wir einfach mit der oberen Formel 3 über 2 rechnen. Und das werden wir jetzt auch kurz machen. Also wir haben dann entsprechend 3 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 minus 2 Fakultät. So, 3 Fakultät bedeutet ausführlich geschrieben 3 mal 2 mal 1 und unten im Nenner haben wir dann 2 Fakultät, 2 mal 1 und mal 3 minus 2 ist 1, 1 Fakultät ist natürlich wieder 1. Dann können wir ein bisschen das Ganze kürzen, also die 2 ja verschwinden auf jeden Fall. Und dann haben wir oben 3 mal 1 mal 1, was wiederum 3 ist und unten auch einfach nur 1, 3 durch 1 ergibt 3. Einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Es gibt natürlich noch eine schnellere Möglichkeit, diesen Binomialkoeffizient auszurechnen, indem man einfach die obere Formel auf eine andere Art und Weise verwendet. Die will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht ansprechen. Natürlich könnt ihr sie immer anwenden, aber ich will jetzt bei der klassischen Formel brauchen, weil die hilft uns an dieser Stelle besser, das Ganze nachzuvollziehen. Und hier haben wir schon die zweite Art von Kombinationen, und zwar Kombinationen mit Wiederholung. Unsere ursprüngliche Aufgabenstellung hat sich nur minimal verändert, und zwar wir ziehen jetzt nacheinander zwei Enden mit Zurücklegen. Und entsprechend habe ich auch die Fragestellung angepasst. Jetzt geht es darum, dass die Enden halt mit Zurücklegen gezogen werden, aber immer noch ohne Berücksichtigung der Reihenfolge. Auch hier werden wir uns versuchen, erstmal das Ganze bildlich vorzustellen, also die Möglichkeiten, die wir haben. Und in erster Reihe haben wir die drei Möglichkeiten, die wir auch vorher hatten. Also, dass wir entweder eine rote und eine blaue ziehen, oder eine rote und eine grüne, oder eine grüne und eine blaue Ente ziehen. Zusätzlich, weil es eine Ziehung mit Zurücklegen ist, kommen allerdings noch drei weitere Möglichkeiten. Und zwar, wir können gegebenenfalls auch zwei rote oder zwei grüne oder zwei blaue Enten ziehen. Aus diesem Grund können wir schlussfolgern, dass insgesamt sechs mögliche Kombinationen möglich sind. Die passende Formel dazu sieht jetzt entsprechend so aus. Also, CW steht für Kombination mit Wiederholung. Und die Formel lautet N plus K minus 1 über K. Auf den Nachweis dieser Formel werde ich an dieser Stelle verzichten, weil ich glaube, das zieht das Ganze nur unnötig in die Länge. Einen wichtigen Hinweis hätte ich allerdings noch für euch an dieser Stelle. Bei dieser Art von Ziehung ist es natürlich auch möglich, dass K größer ist als N. Also, bei unserem Beispiel, dass die Anzahl der gezogenen Enten, weil es eine Ziehung mit Zurücklegen ist, oder mit Wiederholung, größer ist als die Anzahl der Gesamtenten. Gut, jetzt können wir auch rechnerisch unsere Fragestellung beantworten. Also, wir könnten dann N ist selbstverständlich wieder 3 und K ist 2. Also, wenn wir jetzt die Formel hier anwenden, dann hätten wir entsprechend 3 plus 2 minus 1 und das Ganze über 2. Und zusammengefasst wäre das dann 3 plus 2 sind 5, minus 1 sind 4, über 2. So, das könnten wir wieder mit der Formel, die wir vorher gesehen haben, bei der Kombination ohne Wiederholung lösen. Also, es wäre ausführlich geschrieben 4 Fakultät durch 2 Fakultät mal Klammer auf 4 minus 2 Fakultät und 4 Fakultät sind natürlich 4 mal 3 mal 2 mal 1. Dann unten im Nenner 2 Fakultät ist 2 mal 1 und 4 minus 2 sind ebenfalls 2 Fakultät. Also, ebenfalls 2 mal 1. So, jetzt kürzen wir das Ganze ein bisschen. Also, die 2 zum Beispiel kürze ich mit dieser 2 weg, dieser 2 mit der 4 und dann haben wir oben entsprechend 2 mal 3 sind 6 und unten nur 1. Also, unser Ergebnis ist wie bereits betrachtet vorher 6. Also, 6 Kombinationen werden an dieser Stelle möglich. Bevor wir mit den Beispielaufgaben loslegen, noch eine kleine Übersicht bzw. Zusammenfassung über diese zwei Arten von Kombinationen. Also, verallgemeinert könnte man das Ganze auch so formulieren. Aus N verschiedenen Elementen werden K-Elemente entnommen, wobei die Reihenfolge der Ziehung keine Rolle spielt. Die gezogenen K-Kugeln bilden dann eine sogenannte Kombination K-Tourordnung kann man aussagen. Und als erstes, wenn die Ziehung der K-Elemente ohne Zurücklegen erfolgt, oder anders formuliert ohne Wiederholung, stellt uns diese Formel hier zur Verfügung. Und die zweite Möglichkeit, wenn die Ziehung der K-Elemente mit Zurücklegen erfolgt, also mit Wiederholung, steht uns diese Formel hier zur Verfügung. Und zum Schluss noch zwei kurze Beispielaufgaben. Die erste lautet, in einer Schale befinden sich vier verschiedenfarbige Kugeln. Auf wie viel verschiedene Arten lassen sich drei Kugeln ohne Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge ziehen? Anhand der Aufgabenstellung solltet ihr erkennen, dass sich hier um eine Kombination ohne Wiederholung handelt. Also diese Formel hier ist für uns von Bedeutung. Entsprechend der Aufgabenstellung wäre dann N für uns einfach mal 4. Und wir ziehen natürlich drei Kugeln. Also K wäre dann entsprechend 3. Das können wir dann ausrechnen mit 4 über 3. Und entsprechend wäre das dann 4 Fakultät durch 3 Fakultät mal 4 minus 3 Fakultät. Und wenn ihr das Ganze dann ausrechnet, dann kämen heraus 4 Möglichkeiten oder 4 mögliche Kombinationen. Die zweite Beispielaufgabe. In einer Schale befinden sich wieder vier verschiedenfarbige Kugeln. Auf wie viel verschiedene Arten lassen sich drei Kugeln mit Zurücklegen und ohne Berücksichtigung der Reihenfolge ziehen? Ist ja klar, hier handelt es sich um eine Kombination mit Wiederholung. Deshalb nehmen wir jetzt diese Formel. Wobei wir wieder das gleiche N und K haben. Also N wäre wieder 4 und K erneut 3. Entsprechend hätten wir dann hier an dieser Stelle 4 plus 3 minus 1. Und das Ganze über 3. Also 4 plus 3 sind 7. 7 minus 1 sind 6. Letztendlich müssen wir nur noch 6 über 3 rechnen. Und das können wir dann auch machen. Indem wir in die Formel einsetzen. Und zwar 6 Fakultät wäre dann 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Durch 3 Fakultät sind dann 3 mal 2 mal 1. Und dann 6 minus 3 ist natürlich wieder 3 Fakultät. Also wieder 3 mal 2 mal 2 mal 1. Dann könnte man das und das direkt kürzen. Hier noch 3 mal 2 sind auch 6. Dann könnten wir mit dieser 6 kürzen. Also bleibt oben nur noch 5 mal 4. Dann sind es halt entsprechend 20 Möglichkeiten oder 20 Kombinationen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang erwähnt. Neben Kombinationen gibt es auch noch Permutationen und Variationen. Und diese Abzählmethoden aus der Kombinatorik sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Lösung zahlreicher Probleme in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Wenn Bedarf Tutorials zu allen dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.